hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja soll ein kurzes kleines video werden wollte ich schnell mal nur was zeigen und zwar habt ihr ja mitgekriegt dass ich ja der facebook gruppe renis bastel kauas immer diesen etz tausch habe und dass ich da auch ja immer ein paar etz mehr zum thema bastel und ja damit ich die nicht irgendwo rumflattern habe weil die würde ich gerne noch irgendwann mal tauschen wollen da muss ich aber noch mal sehen wie und video dazu machen oder weiß doch gar irgendwas und auf alle fälle wollte ich euch mal zeigen wo ich die dabei aufbewahre und zwar habe ich euch an dem einen action hall gezeigt diese kühlschrank fächer die kleinen und da habe ich mir jetzt hier so trennen karten gemacht die möchte ich noch ins album kleben dann muss ich noch die videos dazu machen dann habe ich hier die themen und dahinter die die noch übrig sind die noch nicht an meinen tausch partner gegangen oder partnerin gegangen sind hier habe ich vorgeschnittene und schon ab mit den ecken abgerundete und hier dahinter habe ich schon welche die aufgeklebt sind und mit dem etz beschriftungs stempel hinten dran sind und ja für mein tauschpartner sind vielleicht noch keine mehr drin weil ich die habe ich schon alle abgeschickt das habe ich mir der weile hier zurecht geschnitten in vier mal dreieinhalb inch und dahinter dann die kärtchen gesteckt wollte ich euch bloß mal kurz zeigen dass das vielleicht auch eine möglichkeit ist wie man noch etwas aufbewahren kann ja übersichtlich und schnell zum durchblättern so und das war es eigentlich ich auch schon mal kein 20 minuten sondern nur ein 2 minuten schießmicht tot wie du oder so und da würde ich sagen ich wünsche euch einen schönen morgen mittag abend einen schönen start in die Woche oder ans Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht und ich sage Tschüss, tschau, tschüss.